Ja, und damit auch... Ist ja gut. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Let's Oracle FIFA 13. Wieder dabei ist der Marvin. Du guckst mir jetzt schon, du machst jetzt nicht den Pegel. Weißt du, wie hoch ich den? Weißt du, wie hoch ich den? Alter, hör auf. Ich hab den auch von gestern noch voll hoch gehabt. Ah ja. Ihr könnt jetzt gerade ein Standbild sehen, das ist bestimmt sehr belustigend. Oh ja. Das ist auf jeden Fall richtig geil. So, Aufnahme, da. Du kannst dich verarschen. Oh, okay. Ja, ja, das sind so zwölf. Ja. Ja, jetzt ist es richtig. Ja, jetzt ist es richtig, Mama. Also, wir spielen Düsseldorf gegen Augsburg. Ich hab Düsseldorf. Ich hab auch Düsseldorf. Ne, auf jeden Fall. Nein, hab ich nicht, oder? Ich spiele in Weiß. In Weiß, ey, du spielst in Rot und Rigs. Das ist ja irgendwie jetzt geil, ey. Dann sind wir nichts mehr. Also, ich bin rot. Fass. Komm, einfach spielst. Ich hab keinen Bock jetzt auf Teammanagement oder, pff. Auf Mama-Management. Auf Mama-Management? Genau. Sagst du, von Patrick? Ne. Das ist ein vierter Versuch. Ja, Siki, ey. Ja, kannst halt keine Freischöße schießen. Ja, du kannst es halt nicht. Deine Mutter kann es nicht. Ja, meine Mutter kann es auch nicht. Doch, mein Vater kann es. Ich hab keine Schwester. Du bist ein verwirrendes Einzelkind. Oh, ja. Ja, ohne Leute. Ja, normal. Normal, Mama. Ich bin zwar nicht geldgeil, aber nicht so extrem, aber... Ja, nee, ich bin nicht eher geldgeil, sondern das, was man mit Geld ansteigen kann, geil. Hä? Kannst du mir nehmen, um zu erklären? Den soll ich dir erklären. Ja, ich hab keinen Bock, 2000 Euro zu kriegen, aber ich krieg lieber ein Geschenk im Wert von 2000 Euro. Ach, so, alles gut. Also, je nachdem, was für ein Geschenk, ne? Das ist das ewige... Dann wollen ich mir ans Absicht nicht, aber okay. Naja, da hast du voll drauf gewartet. Das haben wir stundenlang einstudiert. Alter, das war eindeutig mit mich. Außerhalb des 16ers. Alter, ich bin so schlecht, Leute, ne? Ich hab grad sogar gewonnen gegen den. Vielleicht nicht das Schießen. Nice, nice, Junge. Ah, Co, Co, Junge. Ein dicken Po, sagt er. Sehr schlecht. Ja, aber das war ein ziemlich geiles Spiel, um zu sagen. Ja, 2-2 nach normaler Spielzeit, 3-3 nach Verlängerung. Ich hab die Befürchtung, das geht wieder so aus, weil du schon wieder eins noch anfühlen. Und dann sind sieben, sechs, äh, im Erdmädchen. Hup. Ich will den Ball, geht mir her. Ich will den Ball, geht mir her, jem. Ja, ich krieg's gleich am Schlussball. Haha, auf keinen Sinn. Ah, what the fuck. Na, da hab ich mir auch gedacht, was der macht. Nein, und so. Ach, der solltet ihr mir dahinter. Ja, ja. Das hätte vielleicht geklappt. Boop. Alter, Schede, wie langsam ist denn der dann vorne? Wird mich verarscht. Boop. Gib mir jetzt den verfickten Ball. Der war ja, wenn er den nicht glaubte, ne? Der war ja, der Kula-Ball. ja und er war geil vor allem es halt ist an der reiste Kürtel von zehn Meter entfernt und der Kuh hat dann ins Tor rein ein Führer spielte Schülern vorbei Moho die Zollfüller alter da war ich jetzt an der Linken was machst du Moho genau doppelt alter oi 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 und der kommt genau an neun boah ohne Witz ich komme nicht hinten raus BAM BAA BAA HH 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 vom Wasser hochkommeln der war auch sehr der war so sehr jetzt haben wir schon wieder umhaut wo warum können die immer zurück leute also muss auch nur ich hab nichts gedrückt wurde nach links wo ich dachte du kriegst er hat vorher gesehen dass der nach links gezogen hat und dann macht er den einwurf nach rechts wollte mich verarschen ist ja alles spiegel verkehrt oder was los spiegel verkehrt noch mal das kann er das macht er immer wieder wo ja die kürzen aber jetzt ist es vorbei wo was hast du die pässe sind mega safe ich komm da so an kein ding hauptsächlich muss ich zurück so sieht das jetzt noch zehn minuten zwei zwei kampf gehen ist nicht verboten ach das geht das verlierst du sowieso das spiel stimmt bei mir sind fünf hinten und bei dir ist nicht eins da vorne ich habe gerät da mache ich dir aber auch die wege nein was war das denn was war das denn für einen läppischen schuss aber ohne witz entweder bin ich mega fail unter anderem aber die abwehr sonst hast du immer so lag und nicht du hast immer noch gleich weil du zu dumm bisschen zu machen das ist echt nicht zu dumm ganz ehrlich der spiel war zu dumm okay das gibt geld kaputt lassen rot rot genau so keine notbremse du hast schon mal dafür rot gekriegt ja den habe ich nicht angedreht also mal ganz ehrlich mal ganz ganz ehrlich als das steht und dann würden so viel auch so einen kleinen raum haben die kein spiel verständnis ich bin ja jede kreisliga zehn mannschaft im konter besser nein da wollte ich spielen da wollte ich spielen nein 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 das kann doch nicht sein das kann doch einfach nicht sein kriegt er nicht mehr naja wochen das kinder pfeifen ab pfeifen ab ich glaube ich spinne also wenn du jetzt gleich den konter startest jetzt ey kann der jetzt abpfeifen bitte jetzt schnell spielen jetzt schnell spielen jetzt ein konter setzen Alter willst du mich verarschen aber jetzt pfeifen wisse ja also so lächerlich wir lassen dir noch 10 Chancen musst du aufrunden 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 ok ja du bist richtig gute Matte du rundes immer auf Meier das merkt man auch an der Körpersprache ja ohne Witz was das für ne Pussy ja direkt auswechseln was ist das äh ohne Witz welche Pussy war das äh versteh ich nicht sonst dann würdest du eigentlich den anderen grätschen aber dann war der da auch noch so alter der braucht 5 Minuten um sich zu drehen laut machten mit Schoppen das wird schon gut ui wenn 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 du wusstest wo ja weil die einfach zu schlecht sind denn so zu machen Nichts gegen Düsseldorf-Fans oder so, aber ist einfach so. FIFA, ey. Jupp. Jupp. Mach mal. Boah, das ist ein Witz, oder? Das ist echt ein Witz. Boah, nee, jetzt komm, jetzt nicht wieder so. Alter, ich würd grad sagen. Das kann erden, mein Spieler. Er mault sich erst mal dreimal. Alter, da steht ja wieder keiner. Das kann einfach nicht sein. Habe ich grad jetzt wieder gedacht, da hat sich jetzt einer bei dir verletzt oder bei mir? Ja, ich hau ihn auch nur nicht um oder so, ne? Nein, ja, jetzt. Ich hab die Ritz, ich wusste ja noch gar nichts. Sag ich doch, das Spiel. Ist mal geil. Geht. FIFA 14. 14. 14, bestimmt wieder Scheiße. Alter, ja doch, 14. Boah, doch, 14 noch. Ja, ja. Nein, ich wach grad immer liegen. Das ist jetzt 12 oder 13. Alter, du wohnen soll, ne? Boah. Boah, komm. Boah. Boah, das wär nice gewesen. Das wär nice gewesen. Das wär übelst... Boah, zum Glück kann ich da, zum Glück kann ich da schnell, äh, Dings gedrückt. Mann, ich wusste, dass ich den Ball nicht mehr kriege, aber ich wollte wenigstens mal versuchen, ob mein Torwart wirklich nicht umhauen kann. Ja, gibts nicht. Ich bin dran vorbeigerutscht, äh. Voll die Pussy ist hier ausgewichen. Ich hab dir keine Verletzungen in Kauf. Ja, boah, der war doch... Voll die... Nein! 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 Nein, komm ich doch dann ficken, ey. Das kann doch nicht sein. Boah, der hätte sein gemusst, ey. Und dann macht er nix. Boah, fuck, ey. Ich hab gedacht, da kann ich mich so dann durch. Höh! Ey, ich soll... Ich wollte den nur neben mir spielen. Perfetto. Nein, nein. Ja, mach nen Hackentrick, genau, genau. Kannst du machen, wenn wir führen, du Bob, Alter. Ohne Witz erstmal wegdallen. Das kann doch nicht sein, ey. Das kann doch einfach nicht sein. Oh, das sind solche homophoben Wichser, ne. Jetzt hast du deine Family zum Start. Ohohohohohohoho. Da war's ja, hast du dann wieder einen rausgehauen, ey. Hä? Ich hatte den noch, oder nicht? Nö. Danke. Oh, ich hab gedacht, du rennst dann durch. Scheiße. Solche Fehler machen ich nicht. Nee, solche Fehler. Ohne Witz, ey. Ohne Witz. Da komm ich einmal durch. Einmal. Ja, und dann sind die zu dumm. Dann sind die zu dumm. Boah, fickt euch ohne Witz, ey. Ohne Witz, ey. Ich muss gleich abbringen bei Battlefield oder so. Nein. Ach, schön. Zack. Oh, pfff. Ach, man, ey. Ich krieg nicht mal die einfachsten Pässe hin. Auch wenn der gerade ein bisschen unlogisch war, der passt. Ich krieg nicht mehr. Ohne, ey. Das meinte ich. Du wolltest mit dem anderen grätschen, ne? Ja, aber dann wechselt er von alleine den Spieler und dann nimmt er auch die Aktion mit rüber. Boah, ich kann grad sagen, ey. Boah, wieder da rumgestottert hat mit seinen Händen, ey. Alles Fündchen, ey. Ja. Was ist jetzt? Ja, Foul. Oh my God. Hä? Ich hab das Foul gemacht. Auf jeden, ey. Auf jeden. Ey, das war gar kein Foul ohne Witz. War gar kein Foul, aber. Zwei Leute rennt gegeneinander, ja. Das ist passiert. Dann war übelst so voll. Hätte Rot geben müssen. Der hätte auch mal Rot geben müssen. Naja, wenn du den nicht machst, geht das nur 1-1 aus. Wollte dich, dass du den jetzt nicht machst? Oh, scheiße. Ob ich jetzt auch den Konter nicht mache, weil keiner mitkommt. Na, fuck it. Äh, fuck it doch. Und da war der Verteidiger gefragt. Wird das gut? Aus dem Einwurf könnte sich was entwickeln. Ach, nö. Schöner Pass. Alter. Nein. Komm, nein. Nein. Das darf nicht sein. Das darf einfach nicht sein. Boah, nö. Ey, da hab ich die Möglichkeit durchzurennen. Da ist ja zu unfähig. Mal ohne Witz. Mal ohne Witz. Das darf nicht sein. Das darf nicht sein. Der eine gerade. Das darf nicht sein. Ende. Das darf einfach nicht sein. Ich war die Beste. Ich war besser als du. Du warst die Beste. Ja, genau. Du warst die Beste. Ich war die Beste. Die Bessere Mannschaft, Junge. Ja, 50-50 Ballbesitz. Ich hatte mehr Schüsse aufs Tor. Zeukämpfe 16-15 auch nur. Ach, du Scheiße. Alter, das war mega. Schussgenauigkeit bin ich höher. Passgenauigkeit bin ich höher. Das bringt ja nichts, wenn du kein Tor machst. Ich hab doch eins gemacht. Eins, das ist aber nicht zwei. Damit würde ich sagen, auch vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschö, tschö. Tschö. Was, was? Ich krieg das...